so halli halli meine freunde willkommen zu unserer schicht nummer 9 in police patrol officers jetzt wollen wir erst mal unseren tag urlaub nehmen so und jetzt hoffe ich dass wir in den zweiten bezirk kommen den wir letztes mal freigeschalten haben woche 2 beendet du hast deine woche beendet deine urlaubstage wurden zurückgesetzt und du beginnst eine neue woche falls du bereits einen neuen stadtteil freigeschalten hast kannst du diesen nun auswählen alles klar dann wollen wir mal gucken melting point haben wir sieben von zehn in downtown aber noch null von zehn okay das heißt wir müssen hier irgendwann noch die drei sterne trotzdem kriegen in melting pot aber wir wollen mal nach downtown wir wollen uns mal den neuen stadtteil angucken so was haben wir denn jetzt hier ja da gibt es neue streifenwagen die man freischalten kann beim nächsten stern schaffen war streifenwagen gladiator 6 frei aber wir müssen jetzt erstmal in jefferson anfangen verbrecher begleiten geht hier auch einsatz brieftaschendiebe gibt es hier convey verdächtiger gesucht da wird ein verdächtiger gesucht und drogenhändler festnehmen also sind die einsätze die wir hier freischalten können alles klar so wenn ihr das hier auch noch lesen wollt von downtown dann könnt ihr das gerne durchlesen das lese ich jetzt nicht alles durch ein neuer tag im büro bleibt können wir verwirre einen blick auf die schichten okay dann wollen wir mal die schicht auswählen ja wir können es erst mal nur hier anfangen in jefferson sieht nach der nachtschicht aus dann wollen wir mal dahin gehen ich würde sagen wir bleiben bei der schichtdauer von 45 minuten das hat ja ganz gut funktioniert und wieder neue neue stadtteil wir müssen erst mal wieder strafzettel ausstellen also das spiel beginnt quasi von 9 im neuen stadtteil halt halt hier geht's raus aber neuer stadtteil ach und im neuen stadtteil muss ich dort hat im neuen stadtteil muss ich auch tatsache wieder von vorn wirklich von vorne anfangen weil im neuen stadt haben wir noch keinen streifenwagen also fangen wir hier wirklich wieder erst mal patrouille an und müssen knöllchen verteilen okay also ist das in jedem stadtteil quasi ein neu beginn oder wie nee da da steht doch unser streifenwagen ich wollte schon sagen hier sind sie ich habe mich schon gewundert ich dachte schon ich muss neu anfangen nenne hier ach so das war doch der hier ja wir müssen erwarten da stand zwar schon dass er angeblichen ordnungsgemäßen stellplatz gefunden hat aber er ist ja noch nicht an die seite gefahren wer jetzt noch nicht mehr oder doch jetzt ich wollte sagen mach keinen quatsch du sollst schon ran fahren wir haben dich erwischt dass du nicht ordnungsgemäß geblinkt hast ich habe sie herausgewunden weil sie nicht geblinkt haben als es erforderlich war ich bin mir ziemlich sicher dass sie auch nicht geblinkt haben frech wird er auch noch können sie mir bitte ihren ausweis und die fahrzeugversicherung zeigen schlimm ist er das schlimm ist er hat recht mit dem ich bin mir ziemlich sicher dass sie auch nicht geblinkt haben recht hat er ich habe nämlich nicht geblinkt aber ich darf das ja sie schaut sich ständig um das heißt er hat noch irgendwas zu verbergen und wollen wir immer aus dem fahrzeug aussteigen lassen und immer alle am handy immer diese handy junkies wie mein schatzi in ordnung ich werde nur mal schauen ob sie unter alkohol einfluss stehen ich muss nur eine probe nehmen um zu bestimmen ob sie unter dem einfluss illegaler substanzen stehen ok warum auch immer der sich andauernd umgeschaut hat kommen wollen wir trotzdem mal durchführen aber ich bin ja mal fair ich tue nur abtasten ich werde sie abtasten für den fall dass sie etwas illegales mitführen wurfsterne würde ich sagen ist ist ein illegales ihr wisst schon ne ja geht nicht mit mitführen einer waffe ohne waffenschein ja ich kach komm ich tue jetzt mal glück glück machen ich tue jetzt mal glück lassen sie dürfen gehen schönen tag noch und passen sie auf sich auf ja ich schätze mal das ist egal also ich schätze mal wie ein wurfmesser also wurfstern wäre auch eine illegale waffe gewesen aber da stand nur was von springmesser und mitführen waffe ohne waffenschein ja weiß ich nicht direkte waffe war es ja nicht also keine ahnung und dadurch dass jetzt ein notfall reingekommen ist hat er glück gehabt dass mir der notfall wichtiger ist ihr wisst ihr warum mir der notfall wichtiger ist weil er mehr xp bringt und wir damit neue sachen freischalten und deswegen war mir der notfall jetzt wichtiger weil notfälle halt wie gesagt gleich mehr xp hoppala jetzt machen wir hier noch eine kleine drift challenge ich kann den blinker wieder ausmachen so ich bin ein angeschlagener kopf ich bin nach wie vor erkältet also da passieren schon mal so ein paar chromige unfälle der person ich brauche einen rtw deswegen habe ich auch die letzten tage nicht aufgenommen ich wollte ja eigentlich schon samstag sonntag weiter aufnehmen aber irgendwie war mir nicht danach weil ich mich nicht wirklich fit gefühlt habe nachdem wir freitag snow runner gespielt hatten mit romen ich habe mich nicht hundertprozent fit gefühlt und deswegen habe ich jetzt hier ein paar tage später erst angefangen hier wieder die nächste session aufzunehmen da gibt es ja noch mehr der da ist auch noch was moment da war auch noch einer ich habe es gesehen haben wir jetzt alle alle schadenspunkte ich glaube ja ich glaube ja der schock ist größer als der schmerz schaffen sie es allein zum rettungswagen wir müssen uns das näher anschauen ich würde gerne erfahren was sie gesehen haben okay doch vielleicht habe ich vergessen den blinker zu setzen könnte sein sie gibt es wenigstens zu ich möchte gerne ihren personalausweis und ihren versicherungsschein sehen bitte diese person scheint ziemlich selbstbewusst okay komm machen wir die test machen wir trotzdem alles klar ich nehme nur eine probe um zu prüfen ob sie unter alkohol einfluss gefahren sind nein betrunken war sie nicht mal gucken steht sie unter drogen ich nehme nur eine probe um zu prüfen ob sie unter drogen einfluss gefahren sind ne auch nicht und sie hat ja zugeben dass sie glaubt dass sie vergessen hat den blinker zu setzen also tun wir sind nur abtasten eine durchsuchung nur für den fall dass sie etwas illegales bei sich tragen taschenuhr usb-stick und menschliche zähne ok es tut weh aber ist nichts los nur das mit den zähnen das können auch ihr eigenen sein dass sie sich einen zahn ausgeschlagen hat also deswegen weiß ich nicht deswegen festnehmen ich würde sagen ja auch wenn sie es zugegeben hat mit dem dass sie vielleicht nicht geblinkt hat könnte ich jetzt verstoß bestrafen dass sie nicht geblinkt hat aber weil sie so selbstbewusst ist und zu ehrlich war lassen wir sie wieder fahren ich weiß ich bin ein schlechter cop so aber jetzt muss ich trotzdem gucken weil irgendwas fehlt hier noch ah da da ist auch noch ein muss ich sagen weil der fortschritt vom unfallbericht der war noch ein bisschen bisschen wenig aber hier ist noch mehr passiert hier ist noch ein auto das habe ich gar nicht gesehen habe ich schon gewundert so der bericht ist ausreichend mal gucken wir mal noch hier hinten da noch irgendwas ist ja da die seite jeder punkt wird mitgenommen ok das sollte so weit nein da ok jetzt sollte es aber so weit gewesen sein oder da wollen wir die auch mal anquatschen können sie beschreiben was sie gesehen haben ich verstehe nicht was passiert ist officer den augen zuurteilen würde ich sagen ich die unter drogen aber führerschein und fahrzeugschein bitte das täuscht manchmal auch ein bisschen bitteschön na komm erstmal die üblichen test wie immer ich werde nur mal schauen ob sie unter alkohol einfluss stehen alkohol nicht und mal gucken hatte ich mit meiner drogen vermutung denn recht ich werde eine probe nehmen um zu sehen ob sie vor der fahrt betäubungsmittel genommen haben nein hat ich hatte nicht recht laut dem test hat sie keine drogen genommen dann kann ich ja nicht laufen lassen aber wir tun sie noch abtasten ich werde sie abtasten für den fall dass sie etwas illegales mitführen irgendeinen fehler habe ich eh schon wieder gemacht weil ich habe schon wieder es wurden keine gegenstände gefunden aber ich habe schon wieder hier jetzt wieder ja das abtasten ich habe es gesehen minus fünf punkte meine sozialpunkte sind schon wieder zweimal runter gegangen also das abtasten wäre dann nicht rechtens gewesen sie dürfen jetzt gehen waren sie vorsichtig aber man tastet frauen doch gerne ab so naja okay die geht die geht auch nicht mehr damit jemand hat dich gegrüßt ja der da okay dann tun wir mal kurz zurückgrüßen hallo so jetzt tun wir die beiden autos nur abschleppen lassen glaube ich hier muss ein fahrzeug abgeschleppt werden könnt ihr einen abschleppwagen an meinen aktuellen standort schicken und den tun wir auch noch kurz abschleppen lassen hier muss ein fahrzeug abgeschleppt werden könnt ihr einen abschleppwagen an meinen aktuellen standort schicken ein abschleppwagen wird in kürze eintreffen so dann haben wir ab der bericht ist leider nicht ganz vollständig warum auch immer aber egal dann haben wir erstmal ab ich habe wieder nicht alle zeugen befragt irgendwas habe ich wieder vergessen eigentlich sollte ich aber dings machen eigentlich sollte ich ja ihr wisst schon eigentlich sollte ich ja strafzettel verteilen aua das fährt der krankenwagen mich fast über den haufen so so was haben wir denn montag okay okay Tuesday darf er nur nicht parken alles klar dann ist es so gut du stehst in die falsche fahrtrichtung definitiv ja komm wieder interagieren manchmal backt das ein bisschen nach wie vor das spiel aber es hat auch noch keinen patch bekommen seitdem das jetzt wie lange ist es jetzt draußen eine woche oder so also es hat leider noch keinen patch bekommen was die kleineren also die kleineren fehler die das spiel hat behoben hat also vereinzelte fehler hat das spiel nach wie vor noch aber es macht trotzdem spaß wie du schmeißt ja einfach abfall auf den gehweg das geht aber so nicht madame festhalten umweltverschmutzung komm ja ja ich benutze immer die mülleimer ich habe es genau gesehen ihren ausweis bitte hier ist er so jetzt wollen wir den verstoß gleich mal bestrafen ihr wisst ja wegen umweltverschmutzung das ist top wird teuer mündliche verwarnung gibt es nicht direkt strafzettel hier einen strafzettel wegen des weggeworfenen mülls bis zu 25 dollar mein anwalt wird sich darum kümmern ja es mir egal sich der anwalt darum kümmert hauptsache ich krieg die 25 dollar es ist bald weihnachten kann ich gebrauchen schönen tag noch auf wiedersehen hier kurz vor weihnachten gibt es keine gnade und keine mündlichen verwarnungen da kriegen alle ihre strafzettel so jetzt bin ich aber trotzdem ein schlechtes vorbild und renn über rot aber hauptsache ich bestrafe die leute wenn sie unerlaubt über rot drüber gehen neue sehenswürdigkeit entdeckt das nataschas haben wir gefunden ja hier ist ja eine parkour abgelaufen hä wieso minus fünf sozialpunkte der ist doch hier parkour abgelaufen die war doch rot hä ja das meine ich mit das spiel hat ab und zu noch ein paar bugs oder fehler weil eigentlich nicht ich halte sie fest weil sie müll auf die straße geworfen haben aber egal was soll es was sei es drum also wenn du direkt vor dem officer stehst und den müll vor meine füße schmeißt dann sorry also nix ich hab gar nichts gemacht bitteschön alleine schon mal die so frech sind und immer behaupten ich hab doch gar nichts gemacht alleine dafür kriegen sie schon ihre 25 dollar strafe ja die person scheint ziemlich selbstbewusst ich geb dir gleich ziemlich selbstbewusst hier verstoß bestrafen umweltverschmutzung und geld kassieren danke mir egal dass es viel geld ist selbst schuld beim nächsten mal den müllen nicht auf die straße schmeißen auch wenn du jetzt wütend klingst so kannst du schön nach hause gehen und deinem Mann falls sein hast beichten dass du scheiße gebaut hast so und jetzt wollen wir dem hier trotzdem die strafe noch geben wegen falsche richtung parken dahinten hat schon wieder einer müll weggeschmissen so der steht auf dem gehweg den kann ich auch noch in den strafe geben wegen auf dem bürgersteig parken wie gesagt ob ihr jetzt sehen wollt was ich euch am anfang der folge alles vorgelesen habe was wir hier alles freischalten können was nicht in irgendeiner folge ich glaube in der vorletzten haben wir ja auch theoretisch graffitisprayer freigeschalten das könnte auch noch passieren dass das kommt also wie gesagt ihr entscheidet ob das let's play weiter geht oder nicht also ich werde jetzt in dieser aufnahme session denke ich mal wieder die nächsten sagen wir mal so zwischen zwei und vier folgen machen kommt drauf an wie viel lustig habe also zwei auf jeden fall diese und die nächste vielleicht mache ich aber dann auch noch mal zwei weitere also eigentlich sagen wir mal so eigentlich hatte ich jetzt vor so drei vier folgen wieder aufzunehmen und dann entscheidet ihr ob ihr jetzt wirklich das ganze let's play bis zum ende verfolgen wollt was noch für aufträge kommt ihr habt ja gelesen noch verdächtigen so festnehmen und so weiter mit 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 richtigen händlern und so also das spiel hat schon mission aber meistens macht man halt nur das gleiche nur zwischendurch kommt dann halt mal eine überraschungsmission und ich weiß nicht genau in welcher folge könnte die überraschungsmission kommen also ich kann das auch so machen dass ich in zukunft einfach den aufnahmebutton drücke aber nicht immer eine folge hochlade sondern nur wenn dann in dieser stunde was passiert dass ich sie dann hochlade aber das entscheidet ihr mit ob ihr alles sehen wollt oder ob ihr nur sehen wollt in den folgen wenn dann noch irgendwas wichtiges passiert aber ich sag mal immer dann wie jetzt wo wir hier neuen stadtteil freigeschalten haben und so das ist ja schon auch interessant für euch aber das spielprinzip ist und bleibt dasselbe aber ich sag mal das ist wie in jedem spielst du ein rennspiel fährst du nur im kreis habe ich mich mit mich mit rom in letztem auch unterhalten also mit uns kann ich ja zwölf gaming auch unterhalten in ls tust du immer nur ernten sehen ernten sehen ernten sehen also vom prinzip ist es in jedem spiel so dass man immer das gleiche macht na hier der steht doch wieder definitiv in die falsche fahrtrichtung könnte mir sagen was ihr wollt ja ok entschuldigung wie gesagt ganz fit bin ich nach wie vor noch nicht aber ich wollte trotzdem wieder ein bisschen für euch aufnehmen die tage werde ich nochmal noch mal den bau simulator testen ich weiß noch nicht ob ich ihn privat teste oder ob ich doch nochmal versuche ein let's play draus zu machen wegen diesen ganzen fehlern die da ja zuletzt drin waren das werde ich auch nochmal testen weil hier rom und sein kumpel der mörko sagt ja die ce fehler haben jetzt aufgehört er hatte die letzten tage keine mehr deswegen vielleicht geht es auch mit dem bau simulator dann auch am samstag dann auch weiter das wissen wir noch nicht hundertprozentig aber könnte passieren was haben wir jetzt ach räume die unfallstelle und schreibe einen unfallbericht hier ist hier irgendwo als wäre gescheppert hier direkt von meiner nase hier erstmal krankenwagen rufen für die leute die hier auf dem boden liegen ich habe hier eine person mit verletzungen rettungswagen erbeten so dann wollen wir mal die kamera zücken hier Jo da fährt noch einer rein, auch gut der fährt direkt in die unfallstelle rein Mal gucken ob die jetzt alle mitnehmen Sie sollten mich zur weiteren Untersuchung über Begleitung. Das hat mich hier irgendjemand gegrüßt, keine Zeit. Ich muss mal eine Arbeit machen. Kann ich euch allen eine Straße geben, dass ihr mich begrüßt, mitten während der Fotoszechen hier, während den Beweisfotos? Das ist Arbeitsbehinderung. Sie hat es ja auch schon gesagt, ich will bei den Aufnahmen nicht gestört werden. Das ist Arbeitsbehinderung. Okay, da ist auch noch was. Okay, da. Haben wir jetzt alle Bilder? Den hier müsste ich eigentlich auch aus seinem Auto rausziehen. Nein, sie hier. Die steht schon neben dem Auto. Aber normalerweise müsste ich die auch hier voll verhaften. Die sind nämlich im Nachhinein noch da reingekachelt in den Unfall. Komm, wir fangen jetzt mit dir auch einfach mal an. Ich würde gerne erfahren, was Sie gesehen haben. Ich bin immer noch geschockt. Ich muss erst mal den Kopf freikriegen. Den Führerschein und, wenn möglich, den Versicherungsschein, bitte. Bitte schön, Officer. Okay, wir schauen nur nach, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Ist unter Drogeneinfluss gefahren. Also gleich keine Gnade. Handschellen anlegen. Betäubungsmittel. Drogenmissbrauch am Steuer. Cannabis. Ich muss Sie gegen Fahrens unter dem Einfluss von Cannabis festnehmen. Bitte kooperieren Sie und gehen Sie auf den Bürgersteig. Gehen Sie auf den Bürgersteig. Ja, jetzt muss ich aber noch Dingswagen rufen hier. Gefangentransport rufen. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Die nächstgelegene Einheit wird an Ihren aktuellen Standort geschickt. So, das heißt, die Karre hier müsste ich eigentlich abschleppen können. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort. So. Können Sie beschreiben, was Sie gesehen haben? Da ist die Verstärkung, okay, sie war etwas zu schnell, tut mir sehr leid. Die taumelt aber auch so, als ob die Alkohol getrunken hat, aber erstmal dafür Schein und Versicherung fragen, wie immer. Muss ja alles die richtigen Reihenfolge abgleichen, ne? Die ist doch voll betrunken, also die taumelt mir ein bisschen viel hier rum. Bitte kooperieren Sie friedlich, während ich eine Probe nehme, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Es war mir klar, dass Sie unter Alkohol gefahren ist. Gleich wieder festnehmen. Brauchen wir gar keinen Drogentest machen. Hier, Handschellen anlegen, Betäubungsmittel, Alkohol oder Drogenmissbrauch am Steuer, Alkohol. Ich verhafte Sie wegen Trunkenheit am Steuer. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Bitte tun Sie das nicht. Bitte tun Sie das nicht, natürlich. Hier, Gefangentransport rufen, sofort. Ich hoffe, Verstand, um eine verrächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. So. Das heißt, das war Ihr Auto hier. Das heißt, dann kann ich den eigentlich auch abschleppen lassen. Mein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. So, die telefoniert die ganze Zeit rum. Dann sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Der Unfall hat mich ziemlich mitgenommen. Ich bin noch ganz durcheinander. Zeigen Sie mir Ihren Personalausweis und Ihre Fahrzeugversicherung, bitte. Dieser Ausweis ist abgelaufen. Okay. Ausweis ist abgelaufen. Sie bekommen einen Strafzettel und ein Bußgeld zwischen 75 und 100 Dollar wegen Nutzung eines abgelaufenen Ausweises. Zwischen 75 Dollar und 100 Dollar. Also wieder schön was für die Weihnachtskasse. So, das ist viel Geld. Ja, ist mir egal. So, Testen machen wir trotzdem noch. In Ordnung. Ich werde nur mal schauen, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Nö, das ist sauber. Und Drogentesten machen wir aber auch noch. Ich werde eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie vor der Fahrt Betäubungsmittel genommen haben. Nee, hat sie nicht. Okay, dann kann ich sie wieder laufen lassen. Weil ihr wisst ja, wenn ich die jetzt durchsuche, dann gibt es wieder Minuspunkte, das ist mir dann nicht gestattet. Das ist mir jetzt schon zwei, dreimal in der Folge passiert. Also was soll's. Also ich finde das immer lustig, wenn die sagen, fahren Sie vorsichtig und die manchmal noch in ihre Autos einsteigen und wegfahren. Aber die Karre ist so kaputt, die läuft zu Fuß weiter, also müsste ich die Karre jetzt eigentlich auch abschleppen können. Was war, glaube ich, Ihr Auto, ne? Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt Ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ja, den hier können wir dann auch abschleppen lassen. Ein Abschleppwagen wird in Kürze bei Ihnen eintreffen, Officer. Na komm. Jetzt kann ich hier wieder nicht interagieren. Warum kann ich jetzt mit diesem... Ja, hinten Skyline-Verschnitt und vorne Mustang-Verschnitt... Nee, doch nicht. Vorne eher Aston Martin-Verschnitt und hinten Skyline-Verschnitt. Warum kann ich denn jetzt nicht interagieren mit dem Auto hier? Verstehe ich nicht. Wie gesagt, manchmal ist das Spiel ein kleines bisschen Buggy, leider. Aber gut, ich sag mal, es gibt Schlimmeres. Ich würde gerne erfahren, was Sie gesehen haben. Also es gibt Spiele, die deutlich mehr kaputt sind als hier so zwei, drei kleine Schönheitsfehler. Ich möchte gerne einen Blick auf Ihren Führerschein und Ihren Fahrzeugschein werfen, bitte. Bitte schön, Officer. Oder hatte ich da schon einen Abschleppwagen gerufen und der kam noch nicht durch? Dieser Ausweis ist abgelaufen. Ja, dann kriegst du jetzt auch erstmal wieder einen Strafzettel für deinen abgelaufenen Ausweis. Das gibt einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Macht 75 bis 150 Dollar. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Diese Person scheint wirklich traurig zu sein, das ist mir da egal. Ich bin auch manchmal traurig, es interessiert auch keinen Schrein. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Ja, siehste. Unter Drogen ist er auch noch gefahren. Also war das richtig, er ist ein Strafzettel für abgelaufenen Personen. Und jetzt noch festnehmen wegen den Drogen. Betäubungsmittel und dann hier Cannabis am Steuer. Ich muss hier gegen Fahrens unter dem Einfluss von Cannabis festnehmen. Bitte kooperieren Sie und gehen Sie auf den Bürgersteig. Also noch einen Gefangentransporter rufen. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Die nächstgelegene Einheit wird an Ihren aktuellen Standort geschickt. So, dann müsste ich den eigentlich nur abschleppen lassen können. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort. Was die hier machen, weiß ich nicht, weil den... Entweder habe ich schon mit dem interagiert oder es ist gerade ein bisschen buggy, aber... Gut, die gaffen hier auch noch rum. Habt ihr auch noch was gesehen? Können Sie beschreiben, was Sie gesehen haben? Ich war nicht da, als der Unfall passiert ist. Na, dann lassen wir dich laufen. Dann befragen wir dich gar nicht nach dem Ausweis. Dann bin ich mal nicht ganz so... Bin ich ja mal nicht ganz so böse. Erzählen Sie mir, was Sie gesehen haben. Keine andere Wahl. Ich habe nichts gesehen. Kann leider nicht helfen, Officer. Ja, komm, dann lassen wir auch mal Gnade für recht. Dann lassen wir den auch laufen. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Ja, ich könnte jetzt noch die Routinekontrolle machen, wenn ich wirklich so ein böser Kopf bin und die alle Namenausweis fragen, aber... Ich glaube dem mal, dass Sie nichts gesehen haben. Dann wollen wir den auch mal nicht zu viel auf den Piss gehen, sondern wollen wir die Leute auch in Ruhe lassen dann. Ich würde gerne erfahren, was Sie gesehen haben. Äh, ich habe nicht gesehen, was passiert ist. Nicht gesehen, was passiert ist. Aber hauptsächlich, wir stehen alle an der Unfallstelle und... Sie können weiterfahren. Und so ganz glaube ich denen das nicht, aber... Wie gesagt, ich bin ja mal nicht ganz so schlimm. Was haben Sie gesehen? Nichts. Als ich es gesehen habe, war es schon passiert. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Da ich aber alle nach der Befragung jetzt laufen lassen habe, wäre es unfair, wenn ich den jetzt nochmal richtig kontrolliert hätte. So, hier... Du bist doch definitiv hier abgelaufene Parkuhr. Du stehst hier auch nicht ganz an den Bordsteinen, aber hier... Rotes Ding, abgelaufene Parkuhr, würde ich sagen. Der ist doch auch da voll reingekattelt. Sag mal... Habe ich hier wieder ein Foto vergessen zu machen und du wirst eigentlich abgeschleppt, weil du so nah am Übergangsweg stehst. Aber das interessiert mich jetzt. Habe ich hier ein Foto vergessen? Das interessiert mich jetzt, weil hier... Der steht auch so nah nebendran. Der ist da voll reingekattelt. Nö. Anscheinend nicht. Nö, anscheinend nicht. Also warum der so kaputt ist... Könnte ich wahrscheinlich auch abschleppen lassen. Ja, könnte ich wahrscheinlich auch abschleppen lassen. Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Nö. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Hätte ich nicht abschleppen dürfen, weil... Klar, ein Abschlepper ist schon unterwegs zu Ihrem Standort. Habt ihr ja gerade gesehen, ne? War schon wieder... War schon wieder nicht richtig. Aber du stehst zu dicht an den Fußgängerüberweg. Also das habe ich in der Folge 20 Minuspunkte bekommen. 20 Minuspunkte wegen unsozialer Cop. Ach nee. Ja, hallo Officer. Ich wollte dich eigentlich nur zurückgrüßen. Hallo. So, jetzt, ey. Ich bin ein so unsozialer Cop. Aber eigentlich müsste ich dir auch wieder ein Strafverkehr geben, weil du stehst auch zu nah am Fußgängerüberweg. Bin ich mir ziemlich sicher. So, der Unfallbericht ist gut. Also die Punkte in der Folge, die haben sich auf jeden Fall gelohnt. Das gibt euch auf jeden Fall ein Level ab. Und wir sollten wieder was Neues freischalten. Und du, du stehst hier mal richtig komisch hier. Definitiv. Also wenn ich dich nicht abschleppen lassen darf, dann weiß ich es auch nicht. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Na, der stand ja mal richtig gut da. Nicht. Alle Abschleppwagen sind derzeit im Einsatz. Wir schicken einen so schnell wie möglich an Ihren Standort. Ja, hier klappt das Interagieren wieder nicht. Doch jetzt. Na, hier kann ich wieder einen Abschleppwagen rufen. Auf jeden Fall. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ja. Wieder Minuspunkte als sozialer Cop. Weil warum? Strafzettel. Parkuhr ist abgelaufen. Gut, der steht auch ein bisschen weit weg vom Gehweg. Da hätte ich wahrscheinlich die Ausrichtung. Hätte ich den Strafzettel wegen der Ausrichtung machen müssen, weil er zu weit weg ist vom Gehweg oder so. Aber Parkuhr abgelaufen war trotzdem richtig. Also warum das Minuspunkte als sozialer Cop gibt, verstehe ich nicht. Also ich sage mal so, die meisten Minuspunkte als sozialer Cop, die stempel ich persönlich eher als Bug ab. Aber gut, das Spiel macht mir trotzdem Spaß. Ich bin ja im Re-Life auch nicht unbedingt sozial. Also warum sollte ich im Spiel sozial sein? Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ihr Standort ist derzeit nicht erreichbar. Wir kümmern uns innerhalb der nächsten 24 Stunden darum. Und ich will ja als Cop auch hier keine neuen Freunde gewinnen, sondern ich will, ihr wisst schon, ich will Level abgehen. Ja, die hier vor mir, die müsste eigentlich die Straße unerlaubt überquert haben. Aber das ist kein gelber Punkt drüber, verstehe ich nicht. Hm, egal. So, bei dir ist aber die Parkuhr, oder? Ja. So, du stehst wieder in die falsche Richtung, würde ich sagen. Jetzt ist ja auch meine Schicht, ich soll ja Strafzettel in Jefferson ausstellen. Das ist alles richtig. So, du stehst wieder auf dem Bürgersteig. Das können die Stunden lang machen, Strafzettel verteilen. Irgendwie, Strafzettel verteilen hat irgendwie im Spiel am meisten Spaß. Vielleicht sollte ich, vielleicht sollte ich mich mal beim Ordnungsamt bewerben. Nee, besser nicht, sonst tue ich noch Leuten unrechte Dinge an. Ihr seht ja, wie meine Sozialpunkte runtergehen. Also, kann ich nicht alles richtig machen. Das wäre im wahrem Leben dann auch so. Also, nee, besser nicht beim Ordnungsamt anfangen. Nee, nee, sonst bin ich da auch so ein Ordnungsamt. Leute werden eh nicht gerne gesehen und dann noch am besten irgendwo was falsch machen. Nee, nee, ist nicht gut. Bis damals ist der gerade durch mich durchgefahren. Das sah irgendwie so aus. Alles klar? Ja, sehr, sehr. Alles klar, nee, ansprechen nicht. Ich will dich nur zurückgrüßen, danke. So, du wirst wieder hier in die falsche Fahrtrichtung angeschwärzt. So, solange dann müsste meine Schicht aber um sein, oder? So, mindestens habe ich das Gefühl, dass gleich die Meldung kommt, dass meine Schicht um ist. Jo, der hat ein bisschen sehr lauten Motor gehabt, aber er hat Glück, dass ich gar nicht mit meinem Polizeiwagen unterwegs bin. Und wie ihr seht, ich gehöre auch zu den Leuten, die kleinen Leute kriegen Strafzettel und die großen mit überlautem Motor oder Neonlichter, die lasse ich lieber fahren. Ihr seht ja, wie im wahren Leben, ne? Die kleinen sperrt man ein und die großen lässt man laufen. Eine Hörstatue wieder gefunden, sehr schön. Also, der Fahrbrück zu urteilen, schleppen wir jetzt Claudias Fahrzeug ab. Egal, wir machen es trotzdem. Also, Strafzettel kriegt jeder bei mir. Aber sie kann es ja wieder abarbeiten. Dann geht's, lieber auf den Weg. Dann geht's, lieber auf den Weg. Egal, ich bin jetzt mal. Und was soll jetzt an, wo ich bin. Ich hab hab. Und dann kommt alles auf. Also, ich bin jetzt mal aber einiger Typ, wie ich hier war. So, ich bin jetzt mal, wo ich bin. Ich bin jetzt mal, wo ich bin. Entschuldigen Sie! Hallo Officer, ich versuche das Riesendinosaurier-Monument zu finden. Können Sie mir bitte sagen, in welcher Richtung das liegt? Ich denke nicht. Den Riesendinosaurier habe ich glaube ich noch nicht. Ich zeige Ihnen den nächstgelegenen Standort auf der Karte. Riesendinosaurier-Monument habe ich doch noch nicht, oder? Ja genau, jetzt habe ich nämlich in einem neuen Bezirk angefangen, also darf ich nur hier machen. Den alten darf ich nicht. Also haben die das wirklich so gemacht. Wenn man in einem neuen Bezirk anfängt, dann hat man dem alten Bezirk nichts zu suchen. Deswegen auch die gelben Markierungen zum alten Bezirk hin. Ich kann also erstmal wieder nur in dem kleinen Bezirk rumlaufen und später, wenn wir die anderen freischalten, dann hier. Und ganz zum Schluss können wir hier unten auch noch irgendwo was freischalten, glaube ich. Alles klar, da weiß ich Bescheid. Ja, muss ich mal gucken. Werde ich noch nicht haben. Da ist eine Wache. Thicker Group. Brick & Motor. Hörstatue, die haben wir eben erst gefunden. Auch Hörstatue. Andrew Sparkey. Nee. Dieses Dinosaurier-Monument kann ich leider noch nicht ihr helfen. Nataschas. Noch eine Hörstatue. Noch ein Nataschas. Ja. Nee, kann ich ihr leider noch nicht helfen. Deswegen wurde uns ja gesagt, wir sollen immer die Augen aufhalten in der Stadt und die Sehenswürdigkeiten haben. Aber was wir nicht haben, haben wir nicht. Kann ich ihr leider nicht helfen. Bevor ich sie woanders hinschicke, lassen wir's. Möchtest du wirklich nichts auswählen? Ja, nützt ja nix. Kann ich ihr leider nicht helfen. Ich werde dann mal jemand anderen fragen. Wie geht's? Kann ich leider nicht helfen. Ja, ich stehe nicht so nah aneinander. Kann ich nicht zurückgrüßen, ne? Hallo? Doch jetzt. Ja, was wir noch nicht freigeschalten haben, haben wir noch nicht freigeschalten. Ist halt nicht anders. Mal gucken, gibt's hier noch was? In den Seitengassen können ja auch noch Sehenswürdigkeiten manchmal sein. Da steht doch schon wieder einer in die falsche Fahrtrichtung. Ich sehe es ganz genau. Na komm, lass mich interagieren, danke. Ich sehe es. Ok? Ja. Das war's für heute. Direkt abschleppen? Ja, komm, abschleppen. Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Ich glaube, ich kann da nämlich auch hingehen auf Strafzettel, auf besondere Zonen und dann die Bushaltestelle auswählen. Ich glaube, das geht auch, aber meistens schleppe ich die auf der Bushaltestelle direkt ab. Genauso wie der, der hier auf dem Gehweg steht, den tun wir auch gleich abschleppen. Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Es gibt einen Stau in Ihrer Nähe. Ein Abschleppwagen wird an Ihren Standort geschickt, sobald die Strecke wieder frei ist. Und Paco abgelaufen müsste beides gestimmt haben. Nee, hätte ich nur einen Strafzettel geben dürfen. Entweder für Parkour oder für Dings. Aber ihr habt ja auch schon in manchen Folgen gesehen, dass man Doppelpunkte kriegen kann. Aber egal. 30 Minuspunkte in der Schicht gekriegt. Uiuiuiui. Ich bin so ein Bad Cop. Aber wie gesagt, scheiß auf, scheiß auf Sozialkompetenzen, auch Sozialpunkte. Heutzutage ist doch eh kaum noch einer sozial, weil jeder nur noch an sich selbst denkt. Also von daher, scheiß drauf. Wir gehen jetzt unsere Schicht beenden, kassieren unsere Kohle. Nein, unsere XP. Weil Kohle, um was zu kaufen, gibt es ja in dem Spiel nicht. Sondern wir kriegen ja in dem Spiel nur XP. Und mit den XP schalten wir Sachen frei. Also wenn ich den XP-Balken angucke, kann ich mich in der Schicht nicht beklagen. Also scheiß auf die Sozialpunkte. Wo ist denn die nächste Wache? Unsere Schicht ist zu Ende. Das Gute ist, dass wir hier noch als Bonuspunkte ja nochmal 130 Bonuspunkte diesmal kriegen. Also ist es gar nicht so schlimm. Ach komm, den nehmen wir noch mit hier. Das muss doch hier die Wache irgendwo sein. Sag mal, hätte ich da abbiegen müssen, da hinten? Da rein, ne? Es wird weniger. Genau, hier, da langt jetzt die Wache irgendwo. Ja, hier ist sie doch. Siehste, ich bin mich fast falsch geblaufen. So, dann wollen wir unsere Schicht doch mal beenden. Nö. Diese Person hat gerade Abfall weggeworfen. Ja, das habe ich gar nicht gesehen, wo ich jetzt hier drin bin. So, Schicht beenden. Mal gucken, was schalten wir denn jetzt mal frei für die nächste Folge. Du kannst jetzt Verbrechen zum Revier begleiten und ihrer Verwahrung übergeben. Okay, ich kann jetzt Verbrecher begleiten und direkt zum Revier bringen. Das haben wir jetzt freigeschalten. Okay. Und eine neue Nachbarschaft Kellerhennen haben wir freigeschalten. Ja, dann wird es in der nächsten Folge voraussichtlich in Kellerhennen weitergehen. Und einen neuen Streifenwagen, einen neuen SUV. Du hast den Streifenwagen für diesen Stadtteil freigeschalten. Wähle eine Streifenwagenschicht, um ihn zu fahren. Streifenwagen Gladiator 6. Also einen neuen Streifenwagen haben wir auch freigeschalten. Sehr schön. Und noch eine neue Nachbarschaft Kellerhennen. Finanziellsektor, also Finanzcenter-Sektor. Sehr schön. Also zwei neue Stadtteile. Also in einen der beiden neuen Stadtteile, die gehe ich mal davon aus, machen wir dann in der nächsten Folge weiter. So, und wie immer gilt, für alle, denen es gefallen hat, liken, kommentieren und für alle Neuen abonnieren. Denn Support ist kein Mord. Und dann ist der Mauerwurf für diese Folge erstmal wieder raus. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.